Okay, ähm, es gab, glaube ich, irgendwo eine Scherbe, aber sie ist weg. Oder habe ich sie schon? Alter. Es gibt so viel. Aus der Weisheit war ich doch schon. Da habe ich nur was vergessen. Und eine Kiste habe ich auch vergessen. Ah, okay. Mal kurz gucken. Ähm, ja, noch Nebenaufgaben. Was ist das? Das ist der Buchmacher, ja. Der Buchhändler. Hier. Der satirische Poet. Der ist in der Nähe. Machen wir den. Und das ist auch, Münzmarkieren ist auch in der Nähe. Oh, da gibt es den neuen Anzug. Neue Belohnung. Anzug. Belohnung. Gewinne das Rennen. Ah, da muss man Rennen gewinnen. Oh, das hört sich interessant an. Komm, mach mal das. Der Kalif lädt euch ein. Den aufsteigenden Sternen anwarten. Ah, warte mal. Ich bin da jetzt zwar 20 Mal hoch, aber habe nicht den Ausguck geholt. Das war ja dumm. Alter, was ist denn mit dir? Na, endlich. Also manchmal, aber nur manchmal ist die Steuerung echt für den Popores. Ja. Hm. 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 Ah. 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 Und abwärts. Aus fremden Landen. Stimmt was Interessantes dabei. Babylonischer Schmuck. Babylonisch. Warum denn Babylonisch? Oh, da. Aber es ist weit weg. Obwohl so weit ist es noch gar nicht. Noch eine Scherbe. Hey. Schreibstube. Da. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Keine Wache. Keine Wache. Keine Wache. Alter, was? Oha, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Pfff. 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 Werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. So macht man das. Ich habe gedacht, das wäre einfach klar, die ist ein Mitglied, aber ich hätte nicht gedacht, dass die sich so gut wehren kann. Das hätte ich nicht erwartet. Mit dem Boot kann ich nie fahren. Die hat ihr gezeigt, wo es lang geht. Jetzt habe ich ihr gezeigt, wo es lang geht. Wenn ich weiß, dass die böse ist, dann... Tschüss. Hier, merkt er. Noch immer kein Explosionszeug, um das kaputt zu machen. Ich habe auch nicht die... muss... kann ich es kaputt machen? Nein. Oh, ein Schlüssel. Guck euch den wieder her. Es sind sogar zwei Kisten. Warte mal, vielleicht komme ich noch hier oben rein. Ein Versuch ist es wert. Oh, ein Schlüssel. Verriegelt von der anderen Seite. Was? Eine neue Lieferung Ölkrüge ist angekommen und wurde im Lagerraum nebenan untergebracht. Ich bin zum Teetrinken im Seiten... im Seidenviertel. Okay, und wie? Wie? Okay, ja, cool. Okay, und wie? Meine Frage ist... Und wie? Da sind die Ölkrüge. Ich sehe sie. Das geht ja nicht. Ich bin nachher am Pfeilenbogen. Auf der Höhe schaffe ich das nicht. Komisch. Jetzt bin ich wieder... Hä? Okay. Das geht bestimmt nicht. Ich hab nur noch einen. Den will ich dafür nicht verschwenden. Ich hab gedacht, vielleicht... Hier aber geht auch nicht. Nee, ich glaub, da brauch ich irgendwas anderes. Für oder... Warte mal. Nee, hier geht's auch nicht. Andere Seite vielleicht. Ist da ein Fenster? Ja. Da. Feuer! Immer vor... Wow. Was ist das unten kaputt gegangen? Nee, auch nicht. Was war das? Was war das? Das hat Boom gemacht, aber... Hä? Es hat gar nichts gebracht. Es hat gescheppert ohne Ende, aber es hat nichts gebracht. Gibt's doch nicht. Ich hab gedacht, wenigstens die Tür ist jetzt offen. Neumer verriegelt. Dann krieg ich dich. Da oben bist du. Dann gab ich das Schöne hier. Das ist schlecht für dich. Es gibt kein Entkommen. Da! Gämmerlicher Wurm trifft dein Schicksal! Na! Jetzt schon wieder. Na! Dein Kopf zieht bald meinen Speer! Ach, weißt du was? Ich weiß was. Wo kommt all dieser Staub her? Verdammt! Okay, aber... Hä? Hä? Wahrscheinlich muss ich das hier auch noch kaputt machen, bevor... Aber... Es gibt halt keine Ölfässer... Dinge... Okay. Komm ich nicht rein, weil ich wieder nichts Explosives hab. Umsonst mich da abgemüht. So eine Öl-Ding wäre schon nicht schlecht, wenn ich mal eine finden würde. Sonst sind auch immer welche in der Nähe gewesen. Aber jetzt... Nicht mehr. Ja. Okay. Egal. Gehen wir unseren Auftrag machen. Hier. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ich bin nicht gern in diesem Teil von Amo Safa. Augenblick! Oh, sorry. Alter Abstand! Ja? Ja, ich bin... Musst du nur eine Abkürzung nehmen. Streichle mal die Katze. Oh! Süß. Nein! Alter, nein! Wieso? Du solltest dich beklauen! Oh Gott. Oh! Heute stirbst du! Ah, ich bin weg. Wow. Scheiße. Bleib bei mir! Ich bin, kommt uns nicht. Los! Verstanden. Wir finden dich! Also gut. Ich freu' dich, wenn ich dich finde. Verdammt. Ich muss fliehen. Oh! Gib mir das jetzt. Alter! Danke. Ich werde nicht urteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Gut. Hetz'n sind wieder unterwegs. Hetz'n sind wieder unterwegs. Irgendwie. Hetz'n sind wieder unterwegs. Nicht hoch. Mhm. Ja. So, ich bin jetzt wieder über die Mauer. Schurke. Schurke. Immer. Brauch Geld. Da ist auch schon wieder einer. Boah! Der Seifenbezirk Seifenkocherbezirk Da gibt es einen Schatz Irgendwo Ich muss irgendwo hoch Das dauert nicht lang Du kannst nicht fliegen Andere dürfen durchlaufen Ich wieder nicht Ja, übertreibt doch nicht so Bis sie alle rumschreien Das ist gut Das ist gut Das ist gut Schon ein bisschen nervig Manchmal Wenn du da um die Ecke läufst Und dann Kommt einfach einer Ich töte dich Ich trinke erst mal Tee Und warte ab Abwarten und Tee trinken Gut Gut Zuck! Der Wisch-Artefakt. Der Schnapf. Das ist auch schon wieder eine Scherbe, aber die ist ein bisschen weiter weg. So, wo ist denn jetzt unser Ziel? Ach, er hilft mir. Hier ist ein Dieb. Okay. Bedarf deiner Augen, Sadieb. Ja, ja. Dann suchs er, Dicke. Okay. Aha. Da ist er, ja. Hallo. Ja, ja. Ich gehe runter von eurem... ...von eurem Balkon. Wo sind die Wachen? Dieser Abschaum gehört in eine Zelle. Als Maul. Bist du der Dichter mit der törichten Zunge? Meine Entrüstung hat mich übermannt. Wer hätte gedacht, dass Worte derart gefährlich sein können? Nichts ist gefährlicher als der verletzte Stolz eines mächtigen Mannes. Geh voran. Ich schütze dich vor seinem Zorn. Okay. Die schimpft Däume über die Wachen. Hier ist auch irgendwo ein Zettel, den kann ich auch preisen. Ein Hindernis vor uns. Das Verderben beißt uns in die Wagen. Unser Dicht. Was? Kein Problem. Der Weg ist frei. Ein Hindernis vor uns. Einfach eine Wand. Am besten bleibe ich im Schatten. Okay. Keinen Schaden nehmen, das heißt, ich muss wieder kämpfen. Kämpfen muss ich wieder. Das dort drüben ist mein Neffe. Ich vertraue darauf, dass er meine Anwesenheit geheim hält, aber ich fürchte, das bringt ihn ins Grab. Ich erlöse ihn von diesem Dilemma. Zäuber, die umgeben. Wer jetzt zu dem kommt, so. Was ist denn los? Ah, mein Geld ist weg. Ich muss erst den anderen erledigen. Vorsicht. Genau. Gut, dass ich was sehen kann. Sehr gut, dass ich was sehen kann. Da oben ist auch einer. Ich kann nichts sehen. Toll. Oben sind zwei. Richtig viele. Augenblick. Was? Hilfe! Oh, hilft mir doch jemand! Augenblick. Mörder! Okay, die oberen sind erledigt. Dann jetzt die unteren. Er ist weg. Nein. Hey! 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 Bitte! Wo hilft mir doch jemand? Hab Dank. Diese Söldner wären ganz sicher mein Ende gewesen. Kein Problem. Aber da ist noch einer. Dafür bezahlst du, du Schlange. Die Gefahr ist vorbei. Na dann, weiter. Die Gefahr ist vorbei. Siehst du diese türkischen Mietklingen? Ich glaube, sie wurden geschickt, mich zu ermorden. Wie Schüler der Dichtkunst sehen sie zumindest nicht aus. Ich kümmere mich um sie. Wow. Der ist ja genau... Okay. Nein. Scheiße. So viel zum Versteck bleiben. So. Was sind alle? Auf ein Wort! Willst du so sehen, wie mich? Weiß jemand, was hier vorgeht? Ja. Wer wäre dumm genug, um uns anzugreifen? Ich warte mal, bis die sich wieder beruhigt haben. Es war ein Unfall. Du tauchst schon wieder auf. Ist ja nicht so, als wäre irgendjemand schneller als dumm. Oh Gott! Oh! Ein Mörder! Die Stadtwache! Ungünstig. Ich hoffe... Ja! Ja! Wer ist... Jetzt ist es sicher. Jetzt ist es sicher. Leichen auf der Straße! Was war's? Geschafft. Easy. Ich werde hier von ein paar Freunden abgeholt. Allah segne dich. Ich werde dir zu Ehren ein Gedicht schreiben. Gedichte sind wie Musik in meinen Ohren. Besonders, wenn sie von mir handeln. Dann sollst du deine Musik haben. Und man soll deines Mutes gedenken. Noch lange, nachdem wir beide aus unserem irdischen Dasein geschieden sind. Was? Wie ein Tier. Ein blutrünstiges Tier. Hilfe! Hilfe! Mann! Was ist denn das? Fragezeichen. Das ist wieder... Ah, das ist das mit der Münze. Okay. Oh, sorry. Vorsicht, Kinder. Könnt ihr auch mal das ganze Zeug verkaufen? Aber wo? Hallo! Bürger! Angesichts neuer Anschuldigungen der Bestechlichkeit, die gegenüber gewissen Partys erhoben wurden, möchte der Kalibr... Ich grüße dich. Willkommen! Willkommen! Lass mich deine Waren ansehen. Das kam frisch rein. Ein guter Panzer, der Stolz eines jeden Kriegers. Bringert die Auswirkung illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad. Um 40%. Um 40%. Gegner erhöht 75% weniger Lärm, während du ein Attentat verübst. Leichter, stärker, besser. Weniger Lärm, ein Attentat, 100% sogar. Gibt's auch, wenn ich das... Hm, was soll ich verbessern? Okay. Man kann seine Rüstung immer verbessern. Ist das dann alles? Ja. Alles. Danke. Ich sollte mal weiter. Leb wohl! Bürger wisset, dass ein Durchkopf bei... Da haben wir auch noch einen. Schmied. Hallo. Sei gegrüßt. Willkommen, willkommen. Willkommen. Was gibt es heute bei dir? Vieles ist frisch reingekommen. Ja. Mit verbessertem Stichvermögen. Oh, einen besseren Dolch habe ich mittlerweile auch. Gegner aus der Nähe mit Wurfmesser zu treffen, fügt 10% mehr Schaden. Das ist noch tödlicher. Oh, der ist aber gut, der Dolch, ne? Tödlichkeit ist unbezahlbar. Kann ich gar nicht verbessern. Besseres Werkzeug, schönere Arbeit. Scheiße. Sonst nichts? Nein. Ich muss gehen. Bis demnächst. Bis demnächst. Ja, ich will ja dahin. Mach ich noch das und dann eine Hauptmission. Da ist der Seifenbezirk. Seifenkocherbezirk. Da ist das erste Rätsel, was ich lösen könnte. Aber mal anders machen. Wo ist denn der jetzt? Ah. Zu dem Händler muss ich auch noch. Das Chip möchte alle Händler daran erinnern, dass alle... Halleluja. Hallo. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Ähm. Setz mal noch ein bisschen die Preise herab. Ja, obwohl, nee. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich gründlich um. Ich will eigentlich nur verkaufen, nichts kaufen. Der hat auch nichts Interessantes. Die kann man immer brauchen. Ganzen Plunder verkaufen. Let's go. Wie viel habe ich jetzt dafür gekriegt? Das steht nie dran. 600 oder was? Auf ein andermal. Bis bald. Ah. 365 erst. Dann steht es dran. Okay. Leie mir deine Augen. Wo ist der denn? Der Wachmann. Der Kommandant. Da oben. Okay. Hallo. Ein seltsamer Treffpunkt. Hast du die markierten Münzen? Sie warten am Damascener Tor auf dich. Was? Soll das ein Trick sein? Kein Trick. Ein Rennen. Ich glaube, ich bin schnell genug, um jemanden deines Rufs zu überholen. Wir sehen uns am Tor. Was? Ich sollte die Münzen am Damascener Tor holen, bevor es ein anderer tut. Okay. Das ist ganz schön schnell. Bleib stehen, du Penner. Alter. Der hört aber auch immer auf zu rennen. Das ist echt behindert. Also rennen ist da nicht so wirklich drin. Nein! Ja. Okay. Ich verzock das Rennen. Und verzock. Du bist nur ein Novize. Das ist egal. Kann auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wieso denn? Wieso darf ich denn da nicht rein? Ahhhh! Alter, das ist doch ein ganz normaler Bazar! Hä? Wieso darf ich da nicht rein? Ein stinknormaler Bazar! Ciao! Ich habe die Münzen. Jetzt muss ich mich sputen und sie ausliefern. Wieso dürfen eigentlich immer alle anderen rein und ich nicht? Ich muss da aber durch! Alter! Ja, ja! Ich könnte es versuchen, aber ich glaube es klappt auch nicht. Ja! Guck! Die dürfen durchlaufen! Ich fall gleich weg. K gaz innovation hairол You canl Shur Are blab Was macht das für einen Sinn immer? Egal. Guck mal, der darf da aussitzen. Warum darf ich eigentlich nicht da rein? Boah, das war knapp. Das war knapp. Das muss ich zugeben, das war echt knapp. Ja genau, nein, 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 wieso ist der eigentlich nicht gestorben? Weil der so ein Fertzack ist, gell? Du bist schon im Jenseits. Du kommst mit mir. Abwichtig! Ruf dir Hilfe! Lieder mit dir! Bleib stehen und kämpfe! Such den Schwachpunkt! Verstanden? Du kannst nicht fliehen! Kommt die hoch oder kommen die nicht hoch? Kommt die jetzt hoch oder kommen die nicht hoch? Kommt doch alle hier hoch jetzt! Kommt doch alle hier hoch! Kommt doch alle hier hoch! Einer nach dem anderen! Mann! Ey, die kommen nicht hoch! Los, hier lang! Ich bin da! Und ich will dich ab! Also gut, schwärmt aus! Findet den Hund! Mach ich! Blutentöne! Es war an der Zeit! Ah! Ich rufe Unterstützung! Nein, tust du nicht! Nein, tust du nicht! Erbärmlich! Lass dich zermannen! Aua! Das kenne ich alles schon! Ach man, ich will doch einfach nur hier durch! Gibt's doch nicht! Nein! Doch! Aua! Das war fies! Aua! Das kippt's doch nicht! Das kippt's doch nicht! Aua! Der war cool! Ich weiß nicht, warum ich dieses... Dieser Modus nicht mehr machen kann! Geh mal die Kiste! Du Unheil! Schande auf dich! Wachen! Holt die Schorte! Hey! Das ist der! Wachen! Er ist hier! Schnappt ihn! Wie kann ich... Nein, nicht im Fotomodus! Wie kann ich denn das Ding aktivieren? Ich weiß gar nicht! Wachen! 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 Aua! Weiter so! Wachen! Wachen! Das gibt's doch nicht! Aua! Scheiße! Aua! 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 Das geht nicht. Ich kann diesen Move nicht machen. Geht es nur, wenn ich nicht entdeckt bin? Oder geht es in einem Schwierigkeitsmodus nicht? Verstehe ich nicht. Naja, okay. Hol mir kurz noch diese. Diese Scherbe hol ich mir noch kurz. Ja, es ist eine Brücke. Es war kein Bazaar. Ja, ist ja gut. Wer zoomt denn da? Wo zoomst? Okay, nicht mehr. Komm zurück auf den Part des Friedens, Sabi. Kommst dir bekannt vor. Führe ein besseres Leben. Halt! Ah, ich habe ja noch... Stimmt. Hey, das ist doch dein Gesicht auf den Hausweg. Schlecht getroffen. Nee, ist es nicht. Kommt der gleich. Ey, das ist doch dein Gesicht. Was? Was? Meins? Kann nicht sein. Was? Schon wieder? Alter. Wir sind echt aufmerksam. Hier ist dein Mitglied von Atheab. Wie geht das? Ich habe das voll und das geht gar nicht. Okay. Ich habe die Münze. Äh, die Scherbe. Wie viele Scherben habe ich denn jetzt mittlerweile? Ich glaube, ich kann schon das Schwert holen. Mittlerweile. Lieber verborgen bleiben. Wie? Höre Reisende und Besucher. Der Kalib heißt euch in der Stadt Bagdad willkommen. Na, der Jacht. Besucht den Bazar und kostet die erlesensten Leckerbissen. Von fremdländischen Waren aus dem fernen Osten bis hin zu unseren köstlichen heimischen Datteln. Übergib die Minzen. Na, so gut. Aber... Ich darf da wieder nicht rein, wahrscheinlich. Oder? Na doch. Ich will nicht prahlen, aber ich habe die Ohren von sieben von denen... Ich schätze deine Hilfe, aber du bist spät dran. Bitte beeil dich nächstes Mal ein wenig. Das war's. Na, aufregend bist du schon. Nice. Eine neue Montur. Oh, ja, stimmt. Fähigkeitspunkte habe ich auch. Luftangriff oder Attentatkonzentration. Mauerattentatkonzentration. So, nochmal. Mehr Attentatkonzentration. Kostet zwei. Gut. Was? Was zur Hölle ist jetzt? Was zur... Was ist denn jetzt los? Ich spiele jetzt in der Ego-Perspektive fest. Alles ist unsichtbar. Das hat weh. Greif Stöck durch. Um Stöck. Super Spiel. Super Spiel. Ich hoffe, dass es nach dem Laden jetzt wieder okay ist. Zum Glück standen die Wachen dort. Ah, okay. Gut. Jetzt haben wir die Nebenmissionen gemacht. Jetzt gehen wir mal kurz bei der Nachforschung gucken. Können wir eine Hauptmission machen. Hauptmission. Oder? Ja. Oder wir holen uns... Wir holen uns das erste Teil. Wie viele von diesen... Sieht man das? Hier im Inventar wahrscheinlich. Ja, das weiß ich doch. Oh, eine neue Verkleidung? Nein. Hä? Ich hab doch was Neues freigeschalten. Hier, die hier. Uh. Gegner. Die höher. Oh, ist weg. Gegner höher. 50 Gegner. Wenn Basim sich bewegt. Ah, die hören mich nicht. Die hören mich... Hören mich weniger. Die hören mich weniger. Fünf Stück? Der Kloster-Kloster letzten Monat ausgelöst hat. Die Christen haben zu viel getrunken. Männer in Frauenkleidern haben getanzt und sich auf der Straße erleichtert. Okay. Geh ich mal hier durch. Ah, der ist da oben. Ich hab gegen ein paar dieser belassen, langhaarigen gekämmert. Aber, was ist so denn? Jetzt. Geleerten-Münze. Gefallen-Münze. Ich find so viele Münzen. Schön. Hallo. Geh weg. Na toll. Gefallen-Münze. Gefallen-Münze. Hey! Good. Okay. Okay. Wo ist mein... Hä? Warum rutscht er nicht unten durch? Egal. Oh, ich darf nicht hier oben sein, mal wieder. Ja. Bin weg. Keine Zeit. Muss da rüber. Ach, scheiße. Ich wollte ihn abstechen, aber ging nicht. Er kommt und holt mich. Ich bin hier. Ihr da, schneller! Er muss schon ein bisschen schneller sein. Langsame Wachen. Was ist denn hier? Ja, wo ist der Mann? Hab ihn. Juhu! Hä? Achso. Okay. Okay, bevor ich die Mission mache... Geh' ich erst noch hier hoch. Oh, toll, mehr. Das ist ein Aussichtspunkt. Sehr gut. Sehr gut. Gut gemacht. Und jetzt. Also, ich habe bei Ihnen einen Aussichtspunkt, der Vorsicht.